Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Wir starten jetzt einfach mitten in der Folge. Wird bestimmt viele Highlights geben. Beispiel 1, wo ich richtig laut furze. Okay. Ich bin übrigens ein Buch am Lesen. Das ist mal was Neues. Deswegen habe ich das Spiel jetzt mal ausgemacht. So, dann fangen wir zu. Oh, der Fernseher startet wieder. Vielleicht kann ich da wieder was lernen. Und ich kann endlich wieder lesen. Ja, so sieht es aus. Ich habe das Erste-Hilfe-Buch durchgelesen, Nico. Alter, wie sehe ich denn aus? Ja, ich muss hier erst mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob wir schlafen können, weil es ist gerade Nacht. Mein Charakter ist etwas hungrig, etwas gelangweilt und recht schwer beladen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mit einer M14 auf dem Rücken. Huch, Alter, bist du das, Olli? Ach so, oh mein Gott. Ich hau dir einen aufs Maul. Ey, du sahst aus wie ein Zombie gerade. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen einfach mal los, oder? Da wollen wir hier drinnen jetzt für den Rest unseres Lebens bleiben. Ganz in dem Kühlschrank habe ich noch frisch gekochtes Essen. Das kannst du ja, wenn du willst, nabulieren, wenn du Hunger hast. Ja, ich erst mal hier die getrockneten Kidney-Bohnen. Das dürfte ja erst mal reichen. Sehr gut gesättigt, alles klar. So, ich hätte jetzt mal gedacht, ich schieße jetzt mal hier das Fenster weg. Und dann, äh, vollstürmen, oder? Ich habe genug Schuss. Ja, komm, mach. Bam. Oh Mann, Alter. Also, wollen wir jetzt weiter, oder? Wie sieht es aus? Was ist der Plan? Ey, er macht einfach die Tür auf. Weiß nicht, was der Plan ist. Das ist, das ist unsere Story, die wir jetzt hier leben. Also, ich könnte jetzt entscheiden, wie, wie lange die noch geht. Ja, das ist richtig, deswegen. Das wäre aber ein Hausmohau. Oh Mann. Oh mein Gott, da ist ein Zombie drin. Hier, das Fenster geht aber auf. Zombie tot. Ey, Nico, hilf mir mal. Ich glaube, hier in dem Raum ist ein Zombie drin. Nee, wo ist der? Oh! Okay, jetzt haltet ihr den 14. Oh, nee, doch nicht. Ich habe Antidepressiva. Die kannst du mir geben. Reduziert deine Unzufriedenheit. Die kann ich ganz gut gebrauchen. Räuchte auch eine. Wollen wir uns beide jeweils eine Antidepressiva schmeißen? Alter, wir werden so drogenabhängig. Ich sehe es schon kaum. Jo. Nächste Cut, ich ziehe den Leidenkoks um den Tisch. Warum habe ich ein BH an? Oh. Oh, Alter. Marschallah. Marschallah. Das wusste ich gar nicht. Ich finde, der Bart passt gut dazu, oder? Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, warum mein Charakter unglücklich ist. Ich bin etwas unglücklich. Ich nehme einfach eine Antidepressiva. Mein Charakter ist Raucher. Ich muss Kippen rauchen. Ich glaube, meiner ist unglücklich, weil er einfach nicht schießen kann. Alter, hier ist Fruchtmarmelade drin. Apropos Fruchtmarmelade. Das war aber die gepresste Fassung, oder? Das war die Pressmarmelade auf jeden Fall. Das waren die Quetschis. Wir haben immer noch keinen Dosenöffner, oder? Das war doch letztes Mal unsere große Mission, die wir... Stimmt, wir wollten einen Dosenöffner finden. Hier sind Zigaretten, Digga! Ja, ich habe jetzt einen Antidepressiva genommen, aber glücklich bin ich immer noch nicht. Ich dachte, so klappt das. Wollen wir noch Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Hast du ein Feuerzeug? Nee. Man muss nur mit dem Sturmgewehr auf Ollis Kippe feuern, dann geht's. Das ist eine Idee, die ich unterstütze. Hier ist eine Luftpumpe. Ja, die passt zu dir. Damit kriegst du vielleicht deinen Penis größer gepumpt. Nein. Das Ding ist, ich muss unbedingt... Nico, in dem Haus, hier sind sau viele Zombies. Oh, scheiße. Siehst du sie? Jo. Aber ist ja kein Problem. Oh, da... Oh mein Gott, nee, das sind zu viele. Vielleicht aber... Oh mein Gott! Ja, du warst wahrscheinlich genau davor, oder? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, das wäre echt jetzt ganz schlecht hier. Oh, der wusste gar nicht, wie er geschieht. Oh, ja, perfekt. Scheiße. Wer wackelt denn hier an der Tür herum? Oh! Nein, ich wurde gebissen, Nico. Oh nein, du bist im Arsch. Kann ich deine Items? Ich habe eine Platzwunde. Alter. Ich habe leichte Wehwehchen. Platzwunden nur, wenn du Blähungen hast, ne? Ich habe einen Dosenöffner! Also eigentlich haben wir doch jetzt gewonnen, oder? Also so viel Nahrung, wie wir haben in einem anderen Haus. Ja. Guck mal, hier ist so ein Weg, das ist vielversprechend. Geht doch bestimmt irgendwo hin. Zu mehr Zombies. Och, scheiße. Ach, du Kacke. Das sind viele. Ich habe nur einen Regenschirm. Bei der Regenschirm ist es nicht so geil. Ich hätte ja den Cricket-Schläger ausrüsten sollen. Alter, du hast mich so erschro... Ich wollte gerade dich hauen, ne? Kann ich verstehen. Ich habe Streichhölzer. Nico, äh, darf ich in der Wohnung rauchen? Nee. Ich muss da auf den Balkon oder vor die Tür. Ich die vor die Tür. Am besten da, wo die ganzen Zombies sind. Ich brauche dann hier eine. Darf ich, ähm, drin schießen oder draußen? Ja, das ist mega geil. Okay. Guck mal, und schon bin ich nicht mal unglücklich. Einfach, weil ich eine Kippe geraucht habe. Ich höre Helis. Den Helikopter? Ich höre den Heli. Check mal ab, was da beim Heli ist. Ja, aber wir sehen den Heli ja nicht. Ja, man muss ja wahrscheinlich rausgehen, oder? Was machst denn du hier eigentlich? Brauchst du dir dein eigenes Camp auch? Wollen wir nicht mal gucken gehen draußen? Ich trinke gerade eine Orangenlimo, Alter. Ich dein Ernst, würdest du einfach die Tür aufmachen können? Das ist eine Tür? Ach so. Der Heli ist weg. Hier kommt Zombies. Ja, warum wohl? Ja, geil, jetzt ist der Heli weg. Weil du da irgendwie deine Arztpraxis eröffnen wolltest. Ich hatte Durst. Guck mal auf die Map. Mal oben rechts ist auch so ein blaues Gebäude. Wollen wir da mal hin? Ja. Soll ich mal schießen? Nee, war ein Spaß. Hier oben, oder? Ja, was ist das? Das ist eine Kirche. Boah. Mal gucken. Alter, das kommt so was von ins Festo. Das kommt auf gar keinen Fall. Digga, lass doch mal das scheiß Ding jetzt. Alter, scheiß dich auf. Wie kann ich hier durch? Ich kann nicht hier durch. Ehe gedrückt halten. Jetzt geht's. Du hast das Video komplett beendet. Ich piep das einfach. Und dann hört man nur, wie wir uns darüber kaputt lachen. dass ich gesagt... Alter, da ist jemand gerade von oben runtergesprungen. Hast du das gesehen? Ja. Gruselig. Guck mal. Die fallen von der Decke. Was zum Teufel. So. Hier ist doch noch einer runtergefallen. Wo ist denn der hin? Ist der in die Backrooms geklippt, oder was? Mal gucken, ob das vielleicht Schlüssel von dem Auto hier steckt. Keine Schlüssel für dieses Auto gefunden. Hier kommen die ganzen Zombies rein. Komm raus, komm raus. Motor kurz schließen. Ich hab ihn kurz geschlossen. Warte, echt? Kein Sprit drin. Ja, aber vielleicht kannst du ja mal bei einem anderen versuchen. Alles kein Sprit. Jedes Auto hat kein Sprit, oder was? Müssen wir eine Tankstelle finden, oder was? Hier kommen Zombies. Lass mal lieber hier oben zum Gebäude. Scheiße, da sind so viele Zombies. Schweiß drauf. Ja, hier können wir durch. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hier ist ja nix. Alter, lass raus. Warte mal. Hier vorne. Ich hab keine Munition. Ich hab keine Munition. Komm raus. Komm raus. Ich hab keine Munition. Ich hab die ganze Zeit schießen. Jetzt der Monat. Ich hab keine Munition. Ich bin am Arsch, Alter. Ich bin am Arsch. Komm hier rein. Nein, komm raus. Hier sind drei Millionen Zombies. Alter, wie hab ich das geschafft? Ich bin draußen. Wo bist du raus? Äh, Falleingang. Hier ist eine Noxbank. Hier ist eine Bank. Wir sind verloren. Alter, Nico. Uns rennt die halbe Welt hinterher. Mal, das hier sieht aus wie ein Tante-Emma-Laden. Ah, das ist eine Bücherei, glaub ich. Oh, oh. Ist jetzt der Notfall, wo Nico schießen darf? Er hat schon versucht zu schießen. Er hat keine Munition. Nico, wo bist du? In das Haus weiter hochgelaufen. Ich renne hier rum und suche in meinem Inventar gerade nach einem Magazin und stelle fest, ich hab 308er Magazin. Oh, shit. Okay. Alter, warum willst du mich verarschen, Alter? Ey, Olli, ich bin am Arsch. Lauf mal ein Stück hoch. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Warum kannst du nicht rennen? Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ich kann einfach nicht mehr rennen. Ich bin vollkommen aus der Puste. Es sind so viele hinter mir her. Oh, jetzt wurde ich auch gebissen. Nein, Mann. Ich will nicht sterben, Nico. Nico, komm hier nach links. Komm nach links. Komm hier zu mir nach links. Nach links. Nach links. Folg mir. Folg mir. Da kann du noch gehen. Komm hier hinterher. Komm hier rein. Alter, komm hier rein. Ich muss so einen Drift hinlegen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier sind auch welche. Komm hier rein. Oh nein. Hier ist eine Sackgasse. Nicht das. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Komm hier rein. Hier rein. Nein. Oh, Hilfe. Klopp nicht. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Unten rein. Unten rein. Unten rein. Nico, ich muss mich kurz bandagieren, Alter. Okay. Ich halte hier alles weg, was geht. Aber kloppen wir uns die Türe ein. Haben wir hier irgendwo einen Ausgang? Hier unten könnten wir raus. Warum schießt das Scheißding nicht? Ich blick das einfach nicht. Ich habe doch ein Magazin reingeladen, Alter. Na ja, dann hole ich jetzt den Metall. Ich hole den Lakrosse. Alter, jetzt geht's los. Alter, Nico, was machen wir jetzt? Ja, ich habe alles geregelt. Ich habe den Lakrosse-Schweiger ausgepackt. Jetzt ist der große Cup, Olli. Nein. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Kann man hier nicht... Oh, nein. Hä? Mein Spiel. Mein Spiel. Dich minimiert. Scheiße. Ey, kann man hier raus? Ja, hinter dir ist eine Tür. Ach so, okay. Alles klar. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Mein, da sind die Zombies reingelaufen. Bin gebissen. Bin nochmal gebissen. Eine Halsschlag, Alter. Bin nochmal gebissen. Renn, bitte. Renn, renn. Renn. Bin nochmal gebissen. Nochmal gebissen. Eine Halsschlag, Alter. Nein, Niko. Nein. Warum rennen die denn nur mir hinterher? Alter, Niko. Was mache ich hier? Ich habe massiven Blutverlust. Da unten sind noch mehr. Ich brauche jetzt entweder einen Tampon oder ich bin weg von dem Fenster. Wir haben wirklich massivsten Blutverlust gerade hier. Alter, wie viel da hinter uns ist. Also eventuell werde ich jetzt jede Minute... Ich auch. Nein. Ey, aber du hast vier Tage überlebt. Krass, oder? Ach, Digger.